Wir haben über ein Jahrzehnt verhandelt, um dieses Abkommen zustande zu bringen. Dieses Abkommen ist alles andere als ideal, aber der Iran hält sich nach allen Erkenntnissen der internationalen Atomenergiebehörde an die Verpflichtungen aus diesem Abkommen. Dieses Abkommen ist indossiert worden, einstimmig vom UN-Sicherheitsrat. Deshalb glauben wir, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, aber mit uns auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass es nicht richtig ist, dieses Abkommen jetzt in dieser Situation zu kündigen. Das bedeutet nicht etwa, dass wir mit dem, was der Iran ansonsten tut, zufrieden sein können. Wir müssen über mehr sprechen, über das ballistische Raketenprogramm, über den Einfluss, den der Iran und die Hezbollah in Syrien ausüben. Kann man besser sprechen, wenn man dieses Abkommen kündigt? Oder kann man besser sprechen, wenn man in diesem Abkommen bleibt? Wir glauben, dass man besser miteinander weiterreden kann und muss. Ich sage das ausdrücklich, weil das ballistische Raketenprogramm eine Gefährdung auch gerade der Sicherheit Israels ist. Wir glauben, man kann besser sprechen, wenn man in diesem Abkommen bleibt, meine Damen und Herren. Vielen Dank.